ja ihr habt gesehen ich habe mal wieder das alte intro ausgepackt das von vor zwei jahren alter mache ich selten videos auf jeden fall könnt ihr euch auf eine neue folge freuen von mir vorgenommen jeden tag und ich meine damit wirklich jeden tag ein video rauszuhauen also ich würde mich hart freuen wenn du das mehr als nur einen tag durchhält kann mir aber gut vorstellen dass es am ende doch nur ein tag wird ich mag die idee aber und vielleicht schaffst du es ja in jedem video fragen zum letzten zu beantworten ich würde dich zum beispiel fragen guckst du öffentlich-rechtliche sender nehmen überhaupt nicht das kann ich mir nicht geben ja doch lieber youtube ich mache jetzt youtuber pokémon karten es sind keine richtigen pokémon karten es sind youtube karten aber meine karte mache ich im nächsten video was ist eigentlich aus den karten geworden die idee habe ich noch nicht verworfen aber ich werde sie erst später umsetzen momentan noch nicht kann sein dass es in zwei monaten ist kann sein dass das erst in einem halben jahr ist also geduld wenn ich mir das gerade so überlege dann finde ich das schon richtig nice interessiert mich mal brennend auf was du gewertet hast katja wie es aussieht bist du als einzige für mich der rest alles hohenkrebs super video hättest du vielleicht interesse daran gepusht zu werden ich werde ab sofort wahrscheinlich jede woche jemanden pushen dienstag donnerstag oder samstag einzige voraussetzung sind dass man mich abonniert haben okay weg damit jeden tag ist ambitioniert ich freue mich jedenfalls darauf freundchen leute ihr wisst gar nicht was für ein stress das gerade für mich ist ich habe nicht vor produziert ohne scheiß ich habe das video hochgeladen am nächsten tag war ich schon so richtig am struggeln weil ich ein längeres video machen wollte und wo ich jetzt beinahe beim ersten tag schon nicht geschafft so und dann würde ich das video auch langsam mal beenden denn wir sind schon eine minute drüber das kann doch gar nicht wahr sein prostitution ich bin raus